Eine junge Frau aus Essen ist am Donnerstag bei einem Unfall auf der L 838 zwischen Bunnen und Löningen schwer verletzt worden. Sie setzte zum Überholen an und befand sich bereits in Höhe des ersten Autos, als dieser dunkle Pkw seinerseits ebenfalls ausscherte. Der Wagen der Frau geriet dadurch ins Schleudern, prallte gegen zwei Bäume, drehte sich und blieb schließlich mitten auf der Straße stehen. Die junge Frau konnte sich selbst aus ihrem total zerstörten Fahrzeug befreien und war ansprechbar. Die Polizei Löningen sucht nun nach Zeugen, die vor allem Angaben zu dem flüchtigen dunklen Auto machen können.